Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 von Nude zum Pro Wir spielen Standard und wir spielen eine Runde Bodenkrieg, Herrschaft, Bodenkrieg, Herrschaft, Bodenkrieg, Bodenkrieg Und zwar sollte ich eine Runde mit der M-Tar spielen und ich sehe gerade Hydro kann ich so kriegen im Bodenkrieg? Ist das jetzt neu? Weil ich bin noch nicht Standard bin ich doch gegangen Oder ist sie jetzt frei? I don't know But ich soll mit der M-Tar spielen, wurde mir gesagt Oder die M-T-R, M-T-H-R oder wie auch immer Wie wird denn die ausgesprochen? Könnt ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben? M-T-R oder M-T-Ar oder M-T-R-E Und wir spielen Grind Team Deathmatch Aber ich habe Standard ausgewählt Maybe it's a bug Hi Leute Gute Runde, gute Runde So, auf jeden Fall mal schauen, was hier so geht Und äh, ja In neun Sekunden soll es dann auch immer eigentlich losgehen Ich schnubbeldubbeldi-dub mir noch eben einen Schluck Cola Lecker Ne Cola Light ist es eher gesagt Cola Light von McDonalds Jawola Ich bin nach der Arbeit kurz mal eben zu Macca's gecruised Hab mir ne Cola Light rausgeholt Weil ich hier noch so einen schönen Gutschein hatte Und ich hab davon noch eins Zwei Äh, drei Drei Getränke Nice, oder? Also ich hab mir mal einen so'n Gutschein geholt Ach, einen so'n Gutschein So'n Menü halt mit neun Sticker Und ich hatte da drei Getränke BAM Könnt ihr mal schreiben, was ihr sonst so in den Gutscheinen drin habt Früher waren da mal mehr Hamburger drin Und heute sind die irgendwie alle rausgenommen worden Aber wir spielen jetzt Grind Tatsächlich Team Deathmatch Bodenkrieg Keine Ahnung, ob die die da jetzt mit reingepatcht haben Aber mal schauen, was das wird Also ich kenn die Maps, die neuen noch nicht so gut Hab ich noch nicht so viel gespielt Nicht so oft Nicht so viel, nicht so oft Ich hab noch nicht mal alle gespielt Ist ein bisschen peinlich, aber ja, es ist so Denn ich habe kaum Zeit zum Spielen Man muss sich das Leben eines Let's Players Nicht so leicht vorstellen Beziehungsweise auch noch als Arbeitin daher Und die Amtara soll angeblich geil sein Bin ich mal gespannt Was ich mit der so reiße Bin ich ja mal echt gespannt Mal gucken, ob da jetzt ein Bub herkommt Ne Oh, die schießt auf jeden Fall schon mal richtig nice Ich bin ja einfach mal am Campen Und dann werde ich zu Recht Von hinten abgenatzt Das Problem ist Hier werden viele Pros spielen Beziehungsweise viele, die das Spiel halt In- und auswendig kennen Die neuen Maps Und da werde ich halt alt gegen aussehen Bin ich mal gespannt, was hier so abgeht Und wir verlieren diesen Kampf Wird auch schon gleich gesagt Oh, die ist Also vom Schießen her Ist die ja mal übelst pervers Also vom Schuss her Ist die übelst krass Also da gefällt die mir richtig gut Oh, das ist ein Pum Nice Headshot Boom Heftiges Teil Den hätte er mir auf jeden Fall Sowas von direkt ins Gesicht gegeben Boah Aber die Waffe Gefällt mir ja mal übelst nice Aber die kannte ich bisher noch gar nicht Krass Was man hier noch alle so kennenlernt Boah Da ist er am Springen jetzt Und am Jumpen Und am Jumpen Ich hasse diese Jumpertyp Ich komme da einfach nicht mit Club Mit Jumper Oh, oh, oh What, what, what Ich glaube das war eine Dragonfire oder was Ne Was ist denn los jetzt Haha Hat die mich im Ziel gehabt I don't know Boah, da fallen sie gleich alle um Ich sehe es schon kommen Und da ist der Typ Mit Messer Mann Oh Gott, ey Ne, sowas ist auch unnötig Auch auf eine Map Die man gar nicht kennt Boah Da war und da ist noch einer Feindlicher Blitzschlag Der kommt bestimmt hier runter Ja Jetzt denkt er Alles ist safe Aber nix ist safe Aber ich werde auch wieder abgenutzt Mit keine Ahnung Was für eine Waffe Ne, das ist nicht die gleiche Aber die Amtar Ist nice Aber ich kenne mich hier halt auch fast noch gar nicht aus Shit Auf jeden Fall kann man die geil die Rampen hochrennen Das haben sie nice gemacht Jetzt mal hier so einen Spot aussuchen Wo die Gegner eventuell sein könnten Beziehungsweise in Spawn der Gegner einfach mal rennen Boah, nice Und jetzt kommen natürlich die ganzen anderen Typis Samtex Und da ist er um die Ecke gekommen Schade Mit der Cup Boah, die ist auch Einfach gar nicht overpowered Die Waffe Und von der Seite Ich hasse von der Seite gekillt zu werden Ich hasse es Ja, der schmeißt da noch eine Sprengladung hin Der ist richtig, der Schlaue Oh nein Oh Mann Oh Gott Meine Fresse, ey Jetzt hier so ein Spawn Raper, Alter Der hat aber keine Chance Oh Boah Gott, das kann nicht wahr sein Dieser Nunifor hat mich jetzt schon 30.000 Mal gemestert Was hat der für eine Bilanz 10 zu 4 ist Ist nicht wahr Manchmal bringt er die Überraschung mehr als alles andere Boah, nein, nein Nein Wie kann er mich da denn noch töten? Das will ich gerne sehen Hä? Das war aber auch mehr als komisch Ich fand da hat er wieder so ein Geschenk gekriegt Überall jetzt schon diese Dinge aufgestellt, ey Oh Mann, ey Niederlage leider 5 zu 11 Alter Das tat weh Aber wie gesagt Die Map habe ich noch nicht so oft gespielt Slimex Hier nochmal Nice Halt doch mal die Fresse Hören die mich noch? Ich weiß es nicht Ich glaube nicht Ich denke mal nein Chillen Leute, chillen Auf jeden Fall Halt doch mal die Fresse Ist nicht so ein schönes Wort Aber die Runde ist jetzt auch schon beendet Und ich guck mal Was hier die neuen Maps Alle so hier auf dem freien Standard Gedöns machen Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss Jahre Jetzt